Was darf an einer Laternenuhr ergänzt sein? Was ist zulässig? Ja, liebe Uhrenfreunde, grüß Gott, mein Name ist Stefan Andreevich, Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien, in der Stahlburggasse, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt. Ich darf Ihnen heute eine klassische Laternenuhr mit einem Sekundenpendel vorstellen, die zwei Besonderheiten aufweist. Das eine ist die Tatsache, dass sie drei Monate läuft. Sie verfügt über ein großes Bodenrad, ein übergroßes Bodenrad und ein übergroßes Beisatzrad, verantwortlich für die lange Gangdauer. Und wie man sieht, hat sie einen geschlossenen Oberteil. Das ist an und für sich. Die Uhr ist um etwa 1830 entstanden, ein Relikt der früheren Uhren, wie sie Brändl, Pferdbauer, Glückstein gefertigt haben. Das ist sehr selten, sieht auch wundervoll aus. Die Uhr selbst hat einen Grähemgang, eine Schneidenaufhängung und ein Sekundenpendel. Das Gehäuse ist in einem unberührten Originalzustand. Wir legen großen Wert darauf, dass die Gehäuse nicht geschliffen werden und nicht glänzend Schellack politiert werden. Auf Kundenwunsch kann man die historische Patina etwas auffrischen und das Holz ein bisschen lebendiger die Maserung machen. Ja, diese Peter-Hauzendorfer-Uhr ist sehr schön, sehr fein, sehr gut proportioniert und verfügt über exzellente Maße. Aber wer war Peter Hauzendorfer? Er gehört nicht zu den bekanntesten Uhrmachern. Er war ein Grazer. Er ist um 1800 in Graz geboren, kam dann nach Wien, wurde 1831 Bürger und Meister in Wien, hat dann geheiratet. Gelernt hat er bei Adolf Fuchs in Wien, der selbst Großohrmacher war und Regulatoren, Laternen und Großohren gefertigt hat. Er hat in der Rossau gewohnt und ist dann 1843, nur 43-jährig, verstorben. Diese Uhr hat auch zudem einen sehr schönen Flaschenzug, sehr kunstvoll ausgearbeitet. Das kann man hier sehen. Was darf an einer Laternenuhr ergänzt sein? Was ist zulässig? Natürlich die Kurbel, das ist kein Problem. Ein Gewicht, das ist auch kein Problem. Oder die Stellschrauben. In unserem Fall ist nur der Schlüssel ergänzt und alle Teile original belassen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Messingteile poliert, das Werk überholt und wir verkaufen diese Uhr mit einer fünfjährigen Garantie, nicht mit einer ein, sondern mit einer fünfjährigen Garantie und einer Expertise und stellen sie österreichweit auch kostenlos zu. Bei dieser Gelegenheit darf ich hinweisen auf unsere neue Publikation. Der zweite Band über 14.000 Uhrmacher im Kaisertum Österreich erforscht in 16-jähriger Arbeit und im ersten Band auf 600 Seiten 180 Seiten der Geschichte des Handwerks und 400 Uhren, Pendeluhren, Bodenstanduhren, Laternenuhren, Dacheluhren und sonstige Wanduhren wissenschaftlich beschrieben und fotografiert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Geschäftsräumlichkeiten. Hier sehen Sie auf 400 Quadratmeter über 30 Uhren von der Bodenstanduhr über unterschiedliche Laternenuhren mit unterschiedlichen Gangdauern, aber auch Dacheluhren. Dacheluhren Delin DDo D'Ak